Oh, du hast dir schon einen wunderbaren Mod ausgesucht, den du erforschen und kennenlernen möchtest. Das ist super. Curved-Deck-Unit. Warum? War das schön. Erstmal schauen, wie Standard-Kabel gehen hier. Das ist, glaube ich, das Interessantere. Ich habe mir Fluch, ich habe Fluchs. Okay, da brauchen wir Nether-Quarz und Glas. Ganz viel Glas. Also, brauchst du erstmal Blaze-Bowder? Zwölf Stück. Habt ihr denn selbstgeschriebenes Gesetzesprogramm? Was? Habt ihr denn selbstgeschriebenes Teufelprogramm, oder? Ja, ich habe eins. Klar sind die selbstgeschrieben. Was? Meins ist es selbstgeschrieben, ja. Ich würde sagen, klar sind die selbstgeschrieben. Das Tunnel-Power-Programm ist selbstgeschrieben. Hm? Habt ihr Pace-Bin davon? Ja, müsste... da... Das ist aber ein Tunnel-Power-Programm, ne? Ja, ja, also Strip-Mining, ne? Naja, nicht, das tut meine kompletten Tunnel. Hier, kommen wir mit. Hier. Und das ist ein komischer Punkt auch. Ist jetzt hier irgend so einer aus One Piece, oder was? Ne, Michael Jackson. Das ist der Moonwalker-Hut. Na dann. Ja. So ein Tunnel macht der. Und dann sitzt der die Fackeln und Küsten hin. Warum sind die die Fackeln hin? Äh, weil der keine Blöcke mehr hatte. Ja. Weil der ja auch noch an der Decke placed. Immer wenn der oben frei ist an der Decke, macht der da jetzt natürlich gegraben. Hm. Und was muss alles rein, in welchen Stellen? Äh, du brauchst äh, Kisten, du brauchst Kohle, du brauchst Fackeln und ein Stack Cobblestone. Oh. Die Viecher haben am Standard gleich wieder angerannt kommen, die Falling Night. Wenn die dich sehen. Ja, würde ich auch. Ja, würde ich auch. Würde ich auch. Deine Oma würde das auch. So, ich muss jetzt in die Halle. Ja. Ja. Blazeporter kann sie hinten an der Farm gehen. Beziehungsweise wenn du blazeporter brauchst, muss sie hinten an die Farm gehen. Ich hab einen Chunkfehler hier dann. Geil. Oh mein fucking god. Der Chunk ist bestimmt wieder eine Witch. Was ist los? Der Kombi. Da kam so ein Viecher und er meinte belästigen. In einem Falling Night kam da jemand. Ja. Achso, geht doch noch. Der Chunkfehler ist weg. Fucking. Wo ist die Farm? Jetzt. Als in der Necker. Links. Kabel. Aber immer wenn der Server ausgeht, sind die ganzen Ports weg, ne? Kann das? Nö. Doch. In der Hölle sind ja auch die Ports weg gewesen. Eigentlich nicht. Aua. Der scheiß Wolf hat mich geboxt. Komm her. Schau mir so ein Scheißglas. Das geht mal gut. Aber irgendwie war das, dass es ja auch Wehrwölfe gibt's, ne? Hm. Kann sein. Ach ja. Wie habt ihr denn jetzt hier Robberholz? Weil ich Robberholz da habe. Habt ihr noch eine andere Baumfarm? Nee. Okay. Okay. Ja gut, da war schon eine andere Baumfarm. Aber ich brauche Robber. Habt ihr noch irgendwelches anderes Holz irgendwo? Brauchst du ein normales Holz oder was? Ja. Oder ich brauche halt heute nämlich Kisten. Ja nimm doch das Holz daraus. Robberwood. Kannst du, kriegst du drei Holz raus. Kannst du die Kräfte mit dem Robber draus machen? Ne. Dafür habe ich diese Robberdinge an drin. Ja. Ist okay. Ach, du würdest vielleicht erst so gewinnen? Vor allem hier spawnen noch Monster. Also Zombies. Ja klar, weil da ein Zombies-Spawner mit drin ist noch. Sonst habe ich sechs Kisten. Ah, mit sechs Kisten kommst du nicht weit nachher, ne? Wie weit musst du machen? Ja, nachdem wie weit du graben willst, ne? Okay, jetzt habe ich 14 Kisten, ein Stack Kabel und ein Stack Kackel und ein halb Stack Kohle. Reicht das? Ja, ja das reicht. Befeuer den Feuer. Nimm einfach mal ein paar Sexte raus. Den weiß ich. Fünf, sechs, Sexte raus und befeuer den Feuer. Füll den Feuer auf. Die Turtle. Dann brauch die nicht selber sich so oft befüllen. Ja. Sexte. Hab ich gern. Ja. Hat der noch irgendwo Kohle rumfliegt? Nein, nimm doch normales Holz. Mach den mit Refuel mit Holz. Mit Holz, ja gut. Das geht echt auch. Ja, ich weiß nicht warum wir das nie... Ist doch einfacher. Ja. Wie ich jetzt erstmal Hüte bekomme, weil ich hier nur Monster schlachte. Naja. Ja. 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 Ich Currently. Ja. Die ganze сред inspelante. Du brauchst so blaze powder? Hm? Du brauchst blaze powder? Ja, ich brauch blaze powder. Oh, ich bin schon wieder... ich muss schon wieder sparsen. Vor allem kann ich das immer wieder gebrauchen, deswegen geht das so um... Ja, wir haben die Farben ja da hinten, wie gesagt. Reicht ja. Welche Höhe machst du mit meinem Flash? Äh, keine Ahnung, ich hab das jetzt auf ungefähr der Höhe von Zinn und... Äh, Quarz gemacht. Hmhm. Ich hab Quarz brauch... fürs ME-System. Ich hab ja damit unterstütz'n... Ähm... So... Ich nehm einfach mal da, wo du jetzt deinen Gang gebaut hast, und... Bau einfach in eine Richtung, ne? Ja, kannst du auch. Achso, erst mal... So... Dann... Ähm... Ich zieh wohl... Ich zieh wohl... Okay... ... 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